Verborgen im Untergrund Operiert eine streng geheime Behörde Professioneller Gespensterjäger Die uns vor bösen Mächten bewahrt Ich komm jetzt runter Viele dieser Geister sind furchteinflößend Manche eher weniger Mal sehen, was sagt man in so einer Situation? Ähm... Buh! Klingt nach einem M.U.G. Ein M.U. was? Ein mittelmäßig unheimliches Gespenst Ist das vielleicht nur Mittelmaß? Du bist total unheimlich, okay? Was wollt ihr hier? Wir dachten, sie brauchen unsere Hilfe You were ready for take off Ein Geisterhaus ist kein Ort für ein elfjähriges Kind Ist das alles CGI? Streng geheim, wie Hogwarts Ihr neuer Partner? Können wir sagen? Ich schmeiß mich weg, Verlachen Irgendwo in der Stadt hat sich was sehr Mächtiges eingenistet Es ist groß Und fies Und groß Es hat alles eingebrochen Wir haben einen Job zu erledigen Darf ich mit? Bitte Vergiss es, Rotzfahne War's der beste Freund, den ich je hatte? Empfinden sie etwas wie mich? Du bist elf Und nicht wirklich mein Typ Du hast ja nichts an Würde ich nie wagen Alles okay, mir geht's gut Wir sind ein Team Alle für einen Und einer für... Den Rest kennt sie ja Haben sie niemals Angst? Nein Feuer Yippie, ja, yay Eisbacke Können wir den wieder einschalten? Ich liebe Gruselfilme Willkommen in der Hölle-Golle